Raum, Zeit, alles zerfällt. Die Bausteine der Galaxis geraten durcheinander. Das ergibt gar keinen Sinn. Welten werden sich verändern. Leute werden sich verändern. In einer Art und Weise jenseits unserer Vorstellungskraft. Bin ich kein Fan von. Das ist ja wild. Ex-Flügler-T-Jäger? Evok-Kopfgeldjäger? Mich se wehtun werden euch se. Darf, Jar Jar?